Musik Comedia-Konzept, Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Mit der Partie gegen Tuss Lindfort starten die Frauen des BSV Sachsen-Zwickau mit einem Heimspiel in die zweite Saisonhälfte der zweiten Handball-Bundesliga. Am Samstag hoffen Trainer und Team auf eine volle Halle, um die Siegesserie auf Neuplanitzer Parkett fortzusetzen. Dabei bleiben Rentsch sowie Czajnowski und Co. trotz des achten Spiels ohne Niederlage in Folge auf dem Boden der Tatsachen. Auch dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellen-Achten gilt volle Konzentration. Mit einem 31 zu 29 beim Aufstiegsaspiranten Rosengarten Buchholz begann im November die Pluspunkte-Jagd der BSV-Damen. Seit diesem achten Spieltag sind sie ungeschlagen, mussten lediglich in Weiblingen und in Rödertal einen Punkt lassen. Jüngst erst zu Hause das überzeugende 34 zu 26 gegen den Liga-Primus Halle, was sicher nicht so zu erwarten war. Nein, gar nicht erwartet. Ich glaube, wir sind da, wie auch schon besprochen, nicht als Favoriten in dieses Spiel reingegangen, sondern vor allen Dingen in diese Außenseiterrolle. Wir haben das sehr gut gemacht, vor allen Dingen Mitte der zweiten Halbzeit, wo wir über eine sehr stabile Abwehr ins Tempospiel reingekommen sind, einfache Tore machen konnten und somit dann halt einfach auch Halle den Schneid abgekauft haben. Vielleicht auch, weil auf das Spiel selbst bezogen nach der Devise Never change a winning team diejenigen auf der Platte fast durchspielten, die den gewünschten Sahnetag hatten, an und teils über 100 Prozent Leistung boten. Doch diese Partie hat noch mehr mit auf den Weg gegeben. Ja, geschlussfolgert kann werden, dass wir halt, glaube ich, gegen die Top-Mannschaften immer sehr gut ausgesehen haben. Wir brauchen halt einfach noch Konstanz. Wir müssen weiter jedes Spiel dann halt mit der kompletten mannschaftlichen Breite im Kopf dann halt auch angehen. Und das ist halt eine ganz, ganz wichtige Situation, um halt auch so eine Mannschaft wie zum Beispiel gegen Linford gut bespielen zu können oder gegen Harsley halt nicht so eine Auslösung zu haben. Als nunmehr gefestigter Dritter mit fünf Punkten vor dem Mittelfeld könnte diese Platzierung auch eher eine mentale Last sein, diese Position halten zu müssen, als ansparen, sie halten zu wollen. Ich glaube, dass es halt einfach so ist, dass wir mit der Situation sehr zufrieden sind, die mittels Leistungssportler sind und nach oben halt gucken und sich halt gern in dieser Position halt auch sehen. Und deswegen heißt es einfach für die Motivation Richtung Rückrunde, dass wir einfach jede Trainingswoche da immer wieder dann halt auch an die Grenzen gehen können und müssen, um halt am Wochenende erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist halt eine ganz tolle Situation. Nichts wäre schlimmer, als wenn man irgendwo im Mittelfeld halt steht und die Saison halt hinten raus dann noch so ein bisschen ausplätschert. Das lässt den Schluss zu, auf die knappe und unnötige 25 zu 27 Niederlage in Nordrhein-Westfalen nun mit einer deutlichen Revanche zu antworten. Ja, natürlich. Also wir sind glaube ich halt alle, haben da halt im Bus gesessen nach dem Linford-Spiel und waren halt unzufrieden. Wussten gar nicht so richtig, warum wir da halt auch wirklich verloren haben. Nicht, dass es halt disputierlich gegenüber Linford ist, sondern wir sind einfach nicht an unser Leistungs- oder an unser Leistungsniveau herangekommen. Und das heißt, es ist ja einfach jetzt am Wochenende wieder zu fokussieren und dementsprechend halt diese Revanche halt auch gegen den Fortinhalt anzugehen. Ein Heimsieg vorausgesetzt und laut Papierform mögliche Resultate des Verfolgerfeldes einkalkuliert, wäre sogar ein Sieben-Punkte-Abstand zum Rest der Liga möglich. Und damit ein noch beruhigenderes Polster. Ich glaube, wir gucken gerade auf die aktuelle Situation. Wir wollen da oben einfach wirklich mitreden. Wir wollen halt Spaß haben. Wir wollen halt nicht nur attraktiv für Sponsoren sein mit der Tabellensituation, sondern halt auch bei unseren Fans in der Stadt halt für eine Aufruhr halt auch sorgen. Und ich glaube, dass es einfach halt für uns halt möglich ist, dass wir halt über ein gutes Spiel und so weiter oben halt festsetzen. Und automatisch wird der Abstand vielleicht nach unten halt auch anders halt stattfinden. Zunächst gilt es aber, das neunte Spiel in Serie erfolgreich zu gestalten. Nachdem die erste Fußball-Bundesliga bereits in die Rückrunde gestartet ist, folgen kommendes Wochenende die dritte Liga und nächste Woche die zweite. Ein paar Tage später greifen auch Regional- und Oberliga wieder ins Geschehen ein. Noch bis zum 31. Januar ist das Wintertransferfenster geöffnet. Einige Vereine haben dies genutzt, um sich Verstärkung zu holen. Zu Beginn der Rückrunde sind auch die Zielsetzungen klarer formuliert. Der Fußball hält viele Wortschöpfungen parat, wie Spielerkarussell. Das hat sich auch bei dem einen oder anderen der drei höherklassig spielenden Vereine der Region im Wintertransferfenster gedreht. Der Michael Schlicht ist gerade hier angereist. Und wir sind der Meinung, dass wir mit diesem jungen Mann die Mannschaft nochmal verstärken können, den Kader erweitern können und haben uns darüber sehr gefreut. Ja, wir hatten ja vor Weihnachten zwei Neuzugänge, den Philipp Katzenberger und den James Kavanagh, die unseren Kader schon verstärkt haben. Und aktuell sind wir an einem dritten Neuzugang drin. Und ich denke, das wird jetzt am kommenden Wochenende zur Entscheidung kommen. Das ist ein sehr talentierter junger Spieler, der aus der gleichen Spielklasse kommt, der eine sehr tolle Laufbahn als junger Spieler schon durchlaufen hat, wo wir uns halt sehr, sehr viel versprechen. Es ist so, dass wir gerne ein oder sogar zwei Spieler dazunehmen wollen im Winter. Wir arbeiten daran, dass uns das auch gelingt jetzt noch innerhalb der nächsten Woche. Und dass uns jetzt ein Spieler verlässt, ist möglich, aber stand jetzt auch noch nicht final. Nicht zu vergessen, der VfB hat mit Schmidt, Rosenkranz, Schuster und Sieber insgesamt vier Abgänge zu verzeichnen. Entscheidend über die gesamte Dauer der Saison kann auch die Breite des Kaders sein, die sehr unterschiedlich ausfällt. Wir gehen jetzt davon aus, dass mit Albian Kamray und mit Michael Schlicht zwei Jungs dazugekommen sind, der Kader dadurch wieder größer wird. Wir hätten den natürlich auch gerne mit noch mehr eigenen jungen Leuten erweitert. Wir haben leider vom Verband die Absage bekommen. Wir hätten zwei sehr talentierte Jungs nicht nur ins Training einbezogen, sondern gerne auch in den Spielbetrieb. Das ist mit Maud Seidel und mit Yannick Vogt leider nicht gelungen. Also die Jungs bieten das sportlich aktuell, aber es gibt diese Verbandsregularien, die 17-Jährigen beim VfB Auerbach leider den Zugang nicht gewährleisten. Also wenn es jetzt zu der dritten Verpflichtung kommt, dann sind wir definitiv breit genug. Aber wir haben natürlich am Ende der Saison schon festgestellt, dass die Luft bei unseren Spielern auch raus war. Das waren dann die letzten zwei Spieltage, die uns da schon weniger gefallen haben. Aber das haben wir erkannt, haben gehandelt. Allerdings sind wir natürlich in dem Verein auf Konsolidierungskurs. Deswegen war die Entscheidung richtig, den kleinen Karten zu wählen. Also ich finde sowohl qualitativ als auch quantitativ ja. Ganz klar. Das hat auch die Hinrunde gezeigt, dass wir in allen Spielen die Möglichkeit hatten zu punkten. Dass wir sehr, sehr gute Spiele abgeliefert haben, sehr, sehr gute Phasen in den Spielen hatten, sehr, sehr gute Phasen in der Hinrunde hatten. Was uns ein bisschen gefehlt hat, war die Konstanz. Das auch über einen längeren Zeitraum konstant abzurufen, um dann auch noch besser zu punkten. Aber das Potenzial der Mannschaft ist durchaus ausreichend für dritte Liga. Man muss natürlich dazu sagen, dass aufgrund von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen viele Vereine uns einfach weit voraus sind. Die Ergebnisse aller drei Vereine ähnelten in der ersten Halbserie teils einer Fieberkurve. In der Rückrunde sind die Vorstellungen klar formuliert. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich die Fortsetzung dieser Fieberkurve sofort unterzeichnen. Dann hätten wir am Ende nämlich 46 Punkte und mit denen bleibt man ganz bestimmt in der Liga. Nein, ich weiß, wie es gemeint ist. Natürlich wollen wir in der Rückrunde etwas mehr Kontinuität in unseren Leistungen erreichen. Der Trainer ist erfahren und weiß, wie er die Mannschaft dorthin führen wird, dass sie in der Rückrunde den einen oder anderen Patzer weniger machen. Das war so ein bisschen unser Problem. Chancen haben wir eigentlich genügend rausgespielt. Tore haben wir auch eigentlich so viel geschossen, dass wir ein paar Punkte hätten noch mehr haben können. Aber wir haben manchmal Schusselfehler begangen und die Mannschaft weiß das. Sie arbeitet dran und ich hoffe, dass sie erfolgreich arbeitet und wir die Fieberkurve dann doch etwas flacher ausfallen lassen. Also die Zielstellung für die ganze Saison war ja eigentlich den Klassenerhalt zu schaffen. Da sind wir jetzt momentan recht stabil unterwegs, muss man einfach sagen. Das haben wir wirklich sehr, sehr gut gelöst, der Falk Schindler und sein Team. Und aktuell haben wir ja 23 Punkte, noch ein Nachholespiel. Also ich gehe davon aus, dass wir uns in der Tabellenmitte bewegen werden. Und dann haben wir eigentlich mehr gemacht, als wir ursprünglich mal hervorhatten. Die Geschichte ist recht klar erzählt, dass wir natürlich mit der Maßgabe reingehen, mehr Konstanz auszustrahlen. Dass wir die Sachen, die wir phasenweise echt gut gemacht haben, dass wir das dauerhaft abrufen können. Und eben nicht mehr diese Formschwankungen so stark haben. Das betrifft natürlich jeden Einzelspieler, der dann natürlich auch seine Form über einen längeren Zeitraum am Maximum oder am Top-Level halten muss. Und ich glaube, dadurch können wir uns dann auch als Mannschaft weiterentwickeln und werden dann auch konstanter punkten. Und das ist die Zielstellung natürlich für die Rückrunde. So alles eintrifft, was die Verantwortlichen gesagt haben, sollte in puncto Klassenerhalt und Tabellenkonstellation am Ende der Saison nichts mehr schieflaufen.